Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Barbaro Medic. Den Leuten, die unserem Kanal schon länger folgen, denen ist vielleicht aufgefallen, dass wir euch noch ein Video schuldig sind, und zwar das vom Kindernotfallkoffer aus dem BKTV. Und da schauen wir uns heute einmal den Inhalt genauer an. Viel Spaß beim heutigen Video. Ihr seht jetzt hier auf dem Tisch unsere beiden Systeme, die wir so im Einsatz haben. Zum einen die Kindernotfalltasche von PAX auf dem RTV oder NEV und hier den großen Kindernotfallkoffer auf dem BKTV. Und ich würde sagen, damit wir nochmal eine kleine Auffrischung bekommen, was hier so drin ist und wo der eingesetzt wird, schauen wir uns beide Systeme einmal grob an. Starten wir direkt mit unserer Kindernotfalltasche. Hier haben wir die Eigenschaft, dass wir diese zusätzlich zu unserem normalen Notfallrucksack mitnehmen müssen, Da wir hierbei zum Beispiel kein Blutdruckmessgerät mit drin haben, sondern nur die entsprechende Manschette, da brauchen wir dann das Gerät aus dem Rucksack. Diese Tasche wiegt 5 Kilo und ist wie gesagt auf dem RCW oder NEV verlastet. Und nun das Objekt, um das es im heutigen Video eigentlich geht, den Kindernotfallkoffer. Der kann eigenständig in den Einsatz mitgeführt werden und wiegt im Vergleich zur Tasche 15 Kilo, also sprich fast dreimal so viel. Und warum dieser jetzt eben 10 Kilo mehr wiegt als die Tasche, das schauen wir uns jetzt an. Wenn wir den Koffer öffnen, sehen wir auch direkt schon den Innenaufbau. Wir haben einmal im Deckelfach diese Magnettüren, die sich ganz einfach öffnen und schließen lassen. Die sind dazu da, dass der Inhalt nicht rausfliegt, wenn man das Ganze öffnet. Und wir persönlich haben den Inhalt selbst nochmal in diese Packsinnentaschen gegliedert, damit ich die einfach direkt rausnehmen kann und daraus arbeiten kann. Was uns direkt schon ins Auge sticht, wenn wir das Ganze öffnen, ist diese Sauerstoffflasche hier. Das ist eine 2 Liter Sauerstoffflasche, um einfach direkt auch schon eine Sauerstofftherapie durchführen zu können mit entsprechenden Darreichungsformen. Hier einmal die Sauerstoffbrille für Kinder und hier die Maske. Also alles einfach eine Nummer kleiner. Wir haben hier oben die ganzen Endotrachialtuben, eben für die Intubation mit dabei. Da habe ich euch jetzt ein Anschauungsobjekt mitgebracht. Das hier wäre ein klassischer Tubus, wie wir ihn bei der erwachsenen Frau oder beim erwachsenen Mann anwenden. Ein 7er Tubus, also sprich der Innendurchmesser, ist 7 Millimeter. Und hier das Ganze für das Baby mit 2 Millimetern Innendurchmesser. Also sprich, ja schon bedeutend kleiner. Hier haben wir jetzt nochmal einen Beatmungsbeutel für Kinder mit dabei. Also auch der, man sieht es, war gleich zum Normalen schon eine gute Nummer kleiner. Und hier in diesen zwei Taschen haben wir einmal noch für die Intubation das Zubehör und daneben für die Injektion, also einen Zugang. Und da schauen wir uns jetzt nochmal den Inhalt genauer an. In der blauen Tasche ist, wie gesagt, alles für die Endotrachiale Intubation drin. Das heißt, wenn ich intubieren muss, nehme ich mir die Tasche raus und breite sie direkt aus. Wir haben zum einen die Möglichkeit, die Tuben zu fixieren, eben über einen Thomas Holder für Kinder. Also auch der einfach kleiner. Wir haben Güteltuben drin, die man eben über den Mund- und Rachenraum direkt einführt. Wir haben kleine Beatmungsmasken drin, also die sind jetzt hier nicht mal so groß wie meine Hand. Und was jetzt hier besonders ist, eben für Kinder, das ist das Laryngoskop. Das ist hier einmal der Griff und jetzt zeige ich euch zwei verschiedene Spatel. Also das ist hier einmal der Spatel Macintosh, den kennt ihr auch von Erwachsenen. Und jetzt gibt es hier speziell für Kinder, also den nimmt man zwar auch für Erwachsene her, aber bei Kindern hat es eben anatomische Gründe, einen Miller-Spatel. Ihr seht, der ist komplett gerade und den brauche ich, wie gesagt, einfach aufgrund der Anatomie von Babys und Kindern. Deswegen haben wir auch da hier eben spezielles Zubehör mit dabei und hier auch zum Beispiel nochmal so Sachen wie eine Gänsegurgel oder auch ein Piepventil. Weg mit Blau und her mit Rot. In der roten Tasche befindet sich alles für den intravenösen Zugang. Das heißt, wenn wir diese Tasche öffnen, dann finden wir hier direkt einmal die ganzen Venenzugänge. Und da habe ich jetzt hier auch nochmal ein Anschauungsobjekt dabei. Das hier wäre die klassische Nadel, die ich eigentlich bei jedem Erwachsenen-Patienten legen kann, also grün. Und das hier ist eine Babynadel, die ist gelb und ihr seht auch schon den Längenunterschied. Die ist wesentlich dünner und vor allem auch wesentlich kürzer. Das heißt, ich habe hier einmal eben die Venenzugänge mit drin. Und ich habe jetzt hier auch nochmal speziell einfach eine Verlängerungsleitung mit dabei. Die nimmt man eigentlich bei Spritzenpumpen zum Beispiel her. Die haben wir jetzt hier nochmal mit drin. Wir haben einfach Infusionsleitungen für die Infusion. Die haben wir natürlich auch mit dabei. Allerdings auch hier kleiner ausgeführt. Eine 100 Milliliter Variante. Jetzt hier Nasel, denn Kinder oder Babys brauchen auch gar nicht so viel Flüssigkeit. Deswegen auch nur hier die kleinere Variante. Und ansonsten hier ganz klassisches Zubehör, wie das Desinfektionsmittel oder auch hier die Fixierpflaster. Im Deckelfach haben wir hier unten einmal das Verbandmaterial für Kinder und Babys. Also hier auch entsprechend kleine Rettungsdecken. Darunter befinden sich entsprechende Kompressen, Verbandpäckchen oder auch hier entsprechende elastische Binden, um einfach Runden versorgen zu können. Wir haben hier kleine Absaugkatheter. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen erkennen kann, aber der ist maximal auch 2 Millimeter breit oder so. Also auch entsprechend klein, um beim Kind oder Baby vernünftig absaugen zu können. Dann haben wir hier einmal das Diagnostikmaterial. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Wir haben hier eine Spezialität und zwar sind das Cook-Niedeln. Das ist eine Intra-Serie-Nadel, um eben in den Knochen einen Zugang legen zu können. Wenn ich keinen intravenösen Zugang bekomme, kann ich die hier verwenden. Hier zusätzlich seht ihr jetzt nochmal FFP-Masken. Die sind jetzt beim Baby, bei der Geburt vor allem auch wichtig oder eben jetzt hier zu Zeiten von Corona natürlich eben mit dabei. Hier oben einmal das Abnabelungsbesteck. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, was drunter ist. Einmal zum Beispiel ein Schleimabsauger. Gerade für Neugeborene ist der ganz, ganz wichtig, damit ich im Nasen- und Brachenbereich eventuellen Schleim absaugen kann. Was jetzt hier noch besonders ist, sind die OP-Handschuhe. Das sind sterile Handschuhe für eine Geburt. Die haben wir hier mit dabei. Und was jetzt hier noch mit drin ist, ist einmal ein Kanülenabwurf, damit ich eben meine Kanülen auch sauber entsorgen kann. Hier seht ihr die eben schon angesprochene Diagnostiktasche. Da ist jetzt auch nochmal eine echt coole Besonderheit mit drin. Und zwar das Knus. Das ist hier mit drin, das zeige ich euch gleich nochmal. Wir haben jetzt hier einmal für Kinder und Babys eine entsprechende Blutdruckmanschette und das Blutdruckmessgerät. Und auch ein kleineres Stethoskop. Und wie gesagt, was jetzt hier besonders ist, ist das sogenannte Knus. Das ist hier aus Straubing vom Klinikum mal ausgegeben worden. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Nennt sich dann Kindernotfallband. Und was das Ding macht, man breitet es an der Seite von einem Kind aus, von Kopf bis Fuß Ende, also wie es hier eben steht. Und dann habe ich ein Farbschema. Und anhand dieses Farbschemas wird immer entschieden, was ich für Maßnahmen durchführen muss. Auch gerade was die Dosierung von Medikamenten angeht, habe ich hier immer nochmal einen kleinen Überblick, um das eben nachschauen zu können. Oder auch hier mit wie viel Energie ich defibrillieren kann. Also auch ganz interessant. Und das gibt es dann vom Baby bis zum Jugendlichen geht es. Also hier bis zehn Jahre kann man das eben verwenden. Und es ist eine wirklich coole Sache, wenn man sich das Ganze einfach hier nochmal frisch ins Gedächtnis rufen kann. Nach grün kommt gelb. Machen wir hier direkt hier weiter. Das ist das Abnabelungsbesteck für uns im Rettungsdienst. Denn es kann auch immer mal sein, dass sich das Baby eben nicht so lange Zeit lässt, bis wir im Hakenhaus sind. Und dann kann es auch mal im RTW zur Welt kommen. Deswegen haben wir das hier mit dabei, um das Kind eben abnabeln zu können. Hier haben wir dann entsprechendes Zubehör mit drin. Wir können zum Beispiel diese Nabelschnur klemmen, und man das eben die Blutzufuhr unterbrechen kann. Damit man die Nabelschnur durchtrennen kann, haben wir hier auch nochmal eine entsprechende sterile Schere. Die ist auch deswegen steril, weil man ja zum Beispiel auch einen Damm-Schnitt durchführen müsste. Deswegen die hier mit dabei. Wir haben Saugkompressen. Die sind gerade dazu da, um bei vaginalen Blutungen das Ganze vorzulegen, damit die das eben auch sauber aufsaugen. Entsprechend auch viele Kompressen. Und hier auch nochmal so einen Oro-Sauger, den ihr gerade schon im Inneren gesehen habt, um eben das Sekret aus dem Mund- und Rachenraum abzusaugen. Was jetzt hier noch speziell ist, sind solche Nabelbinden, um den Nabel direkt einwickeln zu können, damit der auch geschützt ist. Das heißt, wir haben hier alles direkt immer parat. Dann wären wir auch schon fertig mit der Vorstellung dieses Koffers. Wenn ihr noch Fragen zum Inhalt habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten werden wir hier auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, auf welchem Fahrzeug dieser Koffer verlastet ist, dann findet ihr das Ganze hier oben einmal verlinkt. Und wenn ihr die andere Kinder-Nobfall-Tasche nochmal sehen wollt, dann haben wir die euch hier unten verlinkt. Ansonsten wäre es das, wie gesagt, mit diesem Video auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.